Musik Halli hallo meine lieben Leute wir sind da wieder Hallo 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 steht auch direkt in WTF Ja da hab ich auch erschrocken auf einem Stil wir müssen gehen ich bin auch bei Kostocker Appel er hat schon gesagt ich bin hab ich mal wieder um ja morgen wird von mir entweder Fußballmanager annehmen Nein gut das wäre schon gesagt das war jetzt gestern was gestern gestern was ist gestern wird um zu kommen ein Jahr so hat sie ja bei mir kommt heute im Jahr ja der Räume mag ich bin mein Kostmann und er das ist echt geil und das ist irgendwie so ähnlich wie es so lange Geld sich weiß ich die müssen nur nicht er ich glaube Prozent Pflichtaufgabe ist dass man 15 Minuten aufnimmt und dann darf man letzten und wer da Prozent und wer dann gestorben ist der hat Pech gehabt und so ist es Brammen und Kev begangen ich hab zwei Schwerter komm mal ich hier komm mal her das war hier und da und ich habe ein Steinschwert das kann sein jetzt auch um so gehen wir jetzt mal hin ich hab ein Steinschwert für dich um weil ich bin schon fast ausgerüstet ich bin und der war was ist und ich habe die Sterne nicht gleich zu vollkommen auf jeden Fall geben aber auch das eine oder auch sorry oder auch 2 ein Turm ich bin KM hier ist leider nichts TNT kann man an der Punkt wir haben die Gruppe hier ist einer da das bekommst du das bekommst du das bekommst du das bekommst du das ist das ganze bekommt das kommt die war noch annehmen da ist aber wenig zu etwas da bin ich muss jetzt haben wir schon unseren ersten Köln macht warte mal ich habe einen Helm sich weil ich hab jetzt Bögen und Feile das brauche ich nicht und ich hab's hast du auch noch Pfeile bekommen von den Typen okay schade naja dann gehen wir mal weiter Möko momentan sind wir ja noch gut nicht hier lang nicht hier würde ich nicht lang weil da nix ist was nicht ist da die wird bestimmt schon ausgubt müssen schon ich stehe hier vorne wacht auf 4 mit hat es heute die Dosen mit dem Deutsch er ist der nächste Loll und der nächsten beiden ey lass die Mom von mir hoch Boah Loll Boah Scheiße gib Gas ich häng fest bin tot hat sie für das wo die beef die t wer da war auch mit mir hält die ich glaube der hat das war so für der das kann ich dir das siehst du auch in der Aufnahme der ist so komisch gesprungen beziehungsweise sozusagen als ob er geflogen ja dann komm mal in 10 da sind um mann die die ist zu klein ich muss nur wieder kurz die Lobby eingeben du kannst du schon mal an der Gehör so schnell ging die nicht vor ich habe ich kann da jetzt auch noch ein das ist ja was sehr voll aber was sehr gut hier dran ist dass dies da war jetzt sich lecken auch wenn ich nur großen Mappspiele die lecken nicht weil es ist das ist jetzt schon mal in einer drin 9 A und da schon besetzt hier er vom Dorit ja und das bittes schnell Gertan Kieter ist auch reich mit meinem richtigen ja ich auch mit meinem Fälschenskirche in der Nähe der Dänen schreibt doch mal in die Kommentare die Gütze bitte nicht für die Gütze bitte Prozent 4 ich würde jeden weil ich habe auch ein und hat schon Rüstung das sind Schwerter sind ich habe nicht ein Rüstungsgespräch der Kom-Kom-Kommer und die Welt ist echt lange her dass die aber die märkte ist richtig geil so bist du hin in der runde wie du bist du in der lager da 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 war er hier ich habe schon die Erden gegen wir haben und der Hausdruck zum Gets Ausrüstung oder vielleicht noch wo ich bin scheiße scheiße ich bin tot ich bin tot das ist nämlich das Schwere hierbei wenn du erst mal eingefunden hast muss erst mal wissen wie man einkommt nämlich hat die Reine kommt ja gut nicht immer kurz bei Skype hier als Auflangenanzeigen ich hoffe das auch nicht gehört bei dir nicht müssen so lange ich nichts höre bei dir sind das haben wir auch noch mal das ist das Gute okay jetzt ist da der Typ der dich aufgegriffen hat ne Leute, der ist schon raus fuck, ich bin auch aus das geht dann machen wir noch einen hinterher und wenn wir da jetzt so nur bisschen den beenden wir schon ja also das ist Prozent das wird das Ziel die Diener Tief die Letzte ist aufgenommen werden komm mal denn es wird er hinten dieses mit Blut muss sich einfach der können ja mal wenigstens anbringen 1 bis 8 oder sowas verlassen das Jahr da ist gerade die Stadt mehr die Passe noch einer rein dann machen wir uns mal nicht so fett und passen die die Prozent 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 alles vorliegt wenn keiner das hier und sind zum Platz geben ob da noch was wird ja war jetzt alles nachgeschaut voll ist alles voll mit 1 der 1 das so nur zwei Leute und die müssen sich jetzt ein nur ganz schnell kennen und dann könnte man da ja rein aber keiner weiß wie lange dauert er weiß nie ob das ist noch weit hin und hier hat er noch nicht viel langer immer noch einmal eine längere Aufnahmen müssen so schlimm dies war und er hat ein Leben bis zu drüben ich will da rein macht Platz bist du überhaupt drin ein nur spät ich war der vierte der Gründer und ab und in in dort Tüte Leroy Scheiße das Einzige was ich bekomme und ein Held ja ich war ein ich weiß nicht mehr als ein Schwert wo bist du ich ich folgte ja ich hab schon fast komplette Ausrüstung ja toll ok denn da und da und da und da und da und da ich bin der Helm steht hier Prozent Prozent ich bin ich denn du es mal ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin was zu essen wird Prozent um hinterher keine Zeit anzahlen um 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 wir werden doch hartstache schon verfolgt die kleinen Pissons 6 Bröder Kehle 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 schweißer Erech Aukule so jetzt sehr jetzt ist sie nicht mehr ich hab ich hab sie einmal gespielt und ich muss auch selbst Kisten suchen also ich bin da oben das auch mit zu kommen macht Spaß so hier dann nichts die Brücke ist immer ein und genau ja ich hab sie einmal letztlich alleine aber ich muss auch erst Kisten so und zum Schluss nicht dann ein Schwert gekriegt genauer nennen noch hinterher wo bist du ich glaube vielleicht sollten wir doch bis hier unten direkt Wasser so nein doch ja jetzt tschüss Mann abgang ja ja und ich bin nach auch nur so amal und sind von von ich sage es mal von 15er springen und das ist die Garten nicht nennen konnte die insel werden dass sie da wohnen er sagt die Kiste das geht sie haben auch schon zwei Schwerter drin sie sind die Kiste der rechte Ecke versteckt sich ein Typ ich kann nicht sehen ob er ein Schwerter hat ich sehe sein Helm wo denn? Nado! Nado! ja ich hab ihn gemobbt der hatte die Kiste mit Wahrscheinlichkeit schon ja hatte der sonst noch was Bogen zwei Stück Bogen? und ja ein bisschen Rüstung bisschen schön hier so ne ne Korting gefestet weil ich aber das weiß ich aber nicht gar nicht gesehen hat oder ob aber schließlich sind der Stand in der Aufklärung Alter da ich doch fast nur weiter nach unten geflogen tisch wie soll man weiter nach Kisten suchen und nicht da weiter hochgehen nein hier ist der Merbrand toll eine Insel Kacke vielleicht sollten wir mal auf die Bäume irgendwie kommen und dann vielleicht sieht man da was und wir sind ganz gut da durchgeführt hast du mir ich bin fast oben ja auch ich bin oben auf dem Baum jetzt kann man auch hier oben drauf und zu der Enten Atau hier ist nichts die ganze Insel die ist nichts er hat nur ein er jungen du bist doch schon und hier unten unter dem Laub versteckt unter dem Laub ich bin hier über die Bäume geteilt sie sie da ist irgendwas dahinten da hat es schon so schon die jungen Haupt die dr da ist so bestimmt ohne kiste versteckt ja und man kann es ja hier nicht abholen und lassen gern dunkler gern voll mit die nachher sogar noch was zu in der Küste das einzig zu was ich mit mir werden kann ist sind ich bin wegen es auch nix die nach müssen man sich aber hochbauen das ist es ich bin hier irgendwo jetzt jetzt mal drauf und gucken da noch was das ist ich bin tot und seit einem Jahr einer verfolgt ich dachte das ist du jetzt muss aufpassen den der hat ein schweres ich glaube ich bin ich meine sie werden die Bündel und zu schlagen aber wo in mein Ende sein weil ich dort ja gut da haben nachdem das ist das gerne eine Bewertung da und wenn ihr weiter was von uns für ein Leben sehen wollt äh ja in der Lasse waren da wo auch da und jetzt verabschieden wir uns danke für den Zustand und